Es geht also während der Schulzeit darum, die Schüler auf ihr Leben nach der Schule vorzubereiten. Durch die Kooperation Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe bekommen die Schüler einen Praxisbezug und können erste Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Das Rheinstettener Walha-Fried-Strabo-Gymnasium hat mit der EnBW SIS GmbH eine Kooperation geschlossen. Mir geht es insgesamt darum, dass wir nicht die Situation haben, dass Schüler und Schülerinnen nach acht Jahren das Gymnasium durchlaufen haben, relativ schnell durchgepeitscht und dann hinterher ein Jahr, zwei Jahre brauchen, um sich zu orientieren. Dann ist ja der ganze Zeit Gewinn auf der einen Seite, auf der anderen wieder verloren. Bei dem jetzt schon einsetzenden Fachkräftemangel darf kein einziger Schüler verloren gehen. Deshalb bieten die Wirtschaftsunternehmen den Schülern eine Fülle an Möglichkeiten, um die Berufswahl zu erleichtern. Auch das sind zwei Zielrichtungen. Ganz klar, attraktive Arbeitsplätze zu erleben, Kulturen zu erleben, Systeme zu erleben, Menschen zu erleben, moderne Arbeitsplätze, Arbeitsfelder zu erleben. Natürlich aber auch das Thema, wie kann ich mich auf das Studium, auf das Berufsleben besser vorbereiten. Diese ganzen Erfahrungen sind auch wichtig, denn oft wissen die Schüler noch nicht, was sie nach der Schulzeit machen sollen. Zuerst, ich denke, es zeichnet sich ein klares Bild ab, dass viele es eben nicht wissen. Sowohl die jetzigen Abiturienten, beziehungsweise die jetzt schon fertig sind, als auch die nächsten. So ein klares Bild hat niemand so genau. Ich persönlich würde gerne im Bereich der Tontechnik arbeiten, Toningenieur oder sowas. Das würde mich stark interessieren, da sind wir im Moment noch am Schauen. Durch die Initiative Wirtschaft macht Schule besteht also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Den Schülern wird es durch den Praxisbezug und die Arbeitswelterfahrungen leichter fallen, sich für ihren persönlichen Traumberuf zu entscheiden. Und die Unternehmen können so den ein oder anderen künftigen Azubi gewinnen. Perfekt.